willkommen zu einem weiteren tutorial in der tutorialreihe zu unserem betonbauprojekt und in diesem tutorial möchte ich zeigen wie sie aus visio quasi haben wie so eine zeichnung und ich möchte jetzt im revit daraus ein parametrisiertes profil machen sie haben bereits in visio das profil gezeichnet zum beispiel dieses profil für zum beispiel betonträger in unserem konkreten beispiel und das kann ich mir dann über den umweg ins revit holen der umweg ist dann autocad ich kann das ins autocad ins dvg format exportieren möchte in diesem video zeigen wie das geht und werde sie noch ein bisschen abändern weil ich möchte das im revit ohne wuten haben das zeige ich dann auch gleich und werde es dann ins revit importieren und dann diesmal im vergleich zu einem anderen tutorial wo ich gezeigt habe wie man dieses parametrisierte profil komplett neu zeichnen kann möchte in diesem tutorial zeigen wie ich jetzt das autocad dann auflösen kann und dann gleich die linien aus autocad hier im revit verwenden kann wie gesagt wir machen das ganze diesmal ohne wuten und wenn man das dann komplett durch parametrisiert hat man dann die möglichkeit hier oben verschiedene familientypen anzulegen und kann jetzt einfach umschalten zum beispiel auf ein größeres profil und dann passt er mir hier die das profil entsprechend an ja das wollen wir uns hier anschauen ich wechsele zunächst ins video und zeige zunächst wie man jetzt hier das ganze exportiert ich empfehle hier erstmal leer auszuschalten ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so sicher ob das was bringt ich mache es trotzdem und schalte nur tut nur das und das autocad exportieren was ich wirklich brauche also die ganze bemaßung und beschriftung schalten wir mal aus wie gesagt ich bin mir allerdings sicher ob das überhaupt was bringt kann durchaus sein dass das trotzdem mit kommt schon eine weile her wo ich das letzte mal das gemacht habe aber trotzdem im idealfall ist es geht es nicht mit anmerkungen brauchen wir auch nicht mal für blei jetzt haben wir noch die koordinaten das dürfte das sein genau sind ja auch weg die schraf vor ist es auf einem extra leer es ist gruppiert gut die kann man zur not mitnehmen ja ich glaube das haben wir alles ausgeschaltet ich mache noch mal ganz kurzen check hier haben wir noch das profil muss man eh an machen koordinatensystem lassen wir auch mit an und der mensch ist klar ausmachen so wie gesagt wir werden sehen ob das überhaupt was bringt ja jetzt haben wir hier ja zunächst mal hier weitestgehend das ausgeschaltet was man die brauchen und man könnte jetzt noch natürlich dass ein anderes in andere visio datei kopieren das sind die das sind die layer wirklich weg also ich zeige es noch mal ganz kurz wer jetzt sich das im autocad sparen können sie das auch hier einfach neben steuerung c dann hier sich eine neue zeichnung anlegen das hier reinhauen und jetzt müssten hier weniger leer sein genau ja dann kommen sie mit sicherheit nicht mit ja dennoch ich will es mal kurz ausprobieren als neugier was passiert wenn ich jetzt hier müssen wir aufpassen wegen dem maßstab das habe ich es gar nicht kontrolliert ich tue hier maßstäblich zeichnen ich habe es einfach hier steuerung c steuerung v zur not können sie es im autocad auch noch skalieren ja also theoretisch könnten sie auch alles exportieren und dann im autocad einfach bereinigen ich will noch auf diese thematik bisschen hinweisen jetzt bin ich hier im visio und ich werde es noch mal zur sicherheit hier markieren aber das bringt aber auch nichts dass das markieren dann gehe ich auf file und auf export hier können sie jetzt das format wählen also hier irgendeine pdf geschichten brauchen wir nicht brauchen change file type und sie sehen jetzt hier die möglichkeiten zu exportieren kleiner tipp es gibt weitaus mehr möglichkeiten zu exportieren er zeigte nur so die wichtigsten sachen an wenn sie hier auf safe and other file type gehen dann können sie noch weitere formate auswählen wir finden allerdings hier auch schon das format was uns interessiert nämlich hier autocad drawing also dwg format gehen hier drauf und dann also wählen das aus dann als safe as und jetzt kommt das was ich gesagt habe wenn sie hier auf diese vier und mal ausklappen dann sehen sie zeigt noch zeigt noch ein paar mehr formate an ja falls sie das da oben nicht gesehen haben ihr format da sie sehen man kann ja auch in jpeg exportieren und in diverse andere formate wir bleiben bei dwg ich habe den ordner angelegt autocad ich den dann einfach mal test weil bisher schon mal vorbereitet einfach mal test oder profil test damit ich dann wieder löschen kann text test kann man immer so einstellen ja man kann noch tags hinzuhauen und noch einen titel aber das können wir uns jetzt geschenken hier gibt es noch wenn sie das offen offen ja das kann ich auch nicht ja gehen wir auf safe und schauen wir uns mal mit das jetzt im autocad aussieht dazu brauche ich hier mein explorer dokumente betonbauprojekt und hier autocad so wir haben jetzt die datei profil test gehen wir hier drauf und schauen wir mal ob das geklappt hat mit den leer ausschalten jetzt weißt du mich darauf hin dass es ein ständiger sohn ist und so weiter ja ok so und jetzt weißt du mich darauf hin dass diese dwg dateien nicht ursprünglich mit autocad erstellt wurde ja ist ja klar wurde vor als wieso exportiert kann man fortsetzen ja wir sehen das hat nicht viel gebracht mit dem ausschalten seltsamer weise hat er dann die ganze menge mitgenommen bin ich bitte schade wie gesagt wem das stört ich habe ja gezeigt exportieren sie das ganze oder kopieren sie das ganze in ein anderes in ein leeres visio dokument müssen ein bisschen aufpassen mit den maßstäben ja dass die jetzt nicht zur sau gemacht werden ist im endeffekt aber auch nicht so schlimm ja weil sie können ja sie mal im autocad nach skalieren sie müssen halt das nur kontrollieren ja und überprüfen wie das ist so zunächst was wir machen ist das ganze hier mal kontrollieren wie sieht es aus hier mit den einstellungen mit der einheit geben wir auf einheiten und da sehen wir hier da ist keine einheit eingestellt das sollte aber zentimeter sein also gehen wir hier auf ich sehe es gar nicht hier ist es zentimeter passt jetzt schmeiße ich mal alles raus was das können wir gleich filtern am besten wir markieren das hier machen den filter an geben wir unten einfach filter ein in die buffetszeile dann haben wir den filter und ich hoffe mal dass es hier text ist der braucht eine weile dann tue ich jetzt ja auswählen was möchte ich raus haben ich möchte text ganz hier unten text dann sagt man hier soll ich es hinzufügen und anwenden ach da hat aber nur dass das genommen eventuell was ist das hier eigentlich ach das ist eine bemaßung okay das ist immer noch eine bemaßung sieht so komisch aus also hat schon als bemaßung mitgenommen nur ja man sieht hier das ist natürlich ein ganz komischer bemaßung stil gut dauer die bemaßung noch raus also ich gehe wieder auf steuerung a alles auswählen und dann wieder den filter eingeben filter und jetzt gehen wir diesmal auf bemaßung bemaßung sagen hier ausgibt sagen wir text kann man drinnen lassen dann hinzufügen ups das war jetzt verkehrt entschuldigung soll ich hinzufügen das wollte ich machen damals text und bemaßung und sagen jetzt hier anwenden ups da haben wir jetzt da gehen nochmal steuerung a filter und dann sagt mit ihr anwenden ach so okay entschuldigung es muss glaube ich bemaßung und text dann sein ja also noch einmal stoff ist es jetzt hier also filter schaden wir den text hier raus das war doch also ist muss das gedrehte bemaßung sein gibt es dann noch verschiedene bemaßung weiß man genau das leider gesagt das gedrehte bis bemaßung bemaßung machen wir das hier gibt es das extra eigentlich nie okay so muss noch mal bemaßung ist klar sagen anwenden jetzt hat das okay wahrscheinlich hatte das mit text und bemaßung es gibt ja weiß auch nicht warum das nicht gemacht hat ja so und jetzt die bemaßung gelöscht jetzt kann wir das ja auch noch raushauen das ist eine bemaßung und sollte passen geben wir mal die lehrer rein da haben wir noch ein haufen lehrer mitgekriegt ach so die sind noch ausgeschaltet alles interessant er hat hier ausgeschaltete sachen durchaus mit hat die lehrer mitgenommen ausgeschaltet gelassen er ist ein bisschen unschön gemacht die 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 schnittstelle so und ein und jetzt sehen wir noch auch anderes zeug nämlich das hier und das super wenn man zu einiges nacharbeiten weil der ganze kram mitgekommen ist dem wir eigentlich nicht brauchen ja wie gesagt es ist man muss ja ganz schön nacharbeiten man könnte theoretisch das auch so ins revit exportieren sie können auch im revit dann die lehrer deaktivieren sofern es auf verschiedenen lehrer haben ja also wenn sie jetzt das alles auf verschiedenen lehrer haben dann können sie im revit sagen gut okay ich schmeiße dann die lehrer raus und so weiter beziehung ich tue die gar nicht ins revit rein exportieren ja ich müsste sich jetzt nicht die mühe machen das hier zu bereinigen es genügt dann sofern sie mit verschiedenen lehrer gearbeitet haben dann einfach beim import ins revit das zeige ich dann gleich zu sagen ich nehme mal von den zehn lehren nur die zwei die mich interessieren theoretisch könnten sie auch alles ins revit mit rein nehmen wobei jetzt muss ich kurz überlegen sie können es im revit zwar ausschalten muss dann müssen sie in revit das löschen und davon wird ich allerdings abraten ja weil wenn sie das in revit in der revit familie importieren dann wird das quasi in revit teile also in revit soll ich sagen in revit komponenten dann konvertiert und dann weiß man unter umständen nicht mehr genau ob da jetzt alles wenn sie dann in revit anfangen zu löschen ob es wirklich alles erwischt haben ja also das würde ich nicht empfehlen ja also wenn dann sollten sie dann wirklich nur die lehrer ins revit importieren die relevant sind und den rest draußen lassen aber sie sollten nicht auf die idee kommen das ins revit rein zu holen dann dort quasi zu konvertieren den ganzen kram den sie nicht brauchen weil das bläht dann ihre familie unnötig auf und sie sind sich dann nie wirklich sicher ob ob sie da ob sie wirklich dann wenn sie dann anfangen revit das zu löschen ob sie dann wirklich alles erwischt haben ja ob irgendwelche andere mister noch noch mitgekommen ist den sie jetzt vielleicht gar nicht mehr sehen nach der konvertierung revit also da finde ich das in cad etwas übersichtlicher die sachen hier zu löschen oder halt dann gleich im visio meinetwegen wie ich es gezeigt habe in anderes in leeres arbeitsblatt zu kopieren und dann reinzuholen ich werde jetzt hier abbrechen weil ich habe sie schon mal vorbereitet hier drüben und zwar hier und möchte nur noch eins machen und zwar möchte ich jetzt hier das profil ändern in denen ich hier diese wuten wegnehmen dazu habe ich eine pulle linie das kommt auch als pulle linie mit oder schauen wir da auch mal rein ja sehen sie ja pulle linie sehen sie einen haufen pulle linien hat er das zerlegt da sind sehr verschiedene aber es kommt als pulle linie mit also wenn sie das sauber gezeichnet haben in visio vorausgesetzt und jetzt kann ich hier einfach den griff anfassen steuerung rechte maustaste punkt filter y und x hier dasselbe mache ich jetzt hier steuerung rechte maustaste punkt filter y und hier und es dann aber mal punkt filter y und xz wäre dann hier und last but not least punkt filter y und hier so wir haben jetzt hier bloß noch diese pulle linie gelassen dann hier das das kondensystem auch noch sieht die achsen aber noch drinnen gelassen die linie die achsen darstellen sollen einfach unbedingt im schnittpunkt zu überprüfen das weltkondensystem das sehen sie hier das liegt hier in unserem mittelpunkt ja das ist auch noch mal ganz wichtig das kann man übrigens wenn man da ganz genau sein will noch mal überprüfen in denen sie hier eine region draus machen weil sie haben hier die möglichkeit wenn sie hier das ding anklicken gehen sie auf eigenschaften zeigt er ihnen hier die fläche ja wenn sie die geschlossene pulle linie ist wenn sie es sauber gezeichnet haben also keine lücken und wenn sie jetzt in der region draus machen macht das mal dazu ich muss gestehen zeichnen region hier doch hier finden das ich wollte über die befehlszeile eingeben den befehl finden sie jetzt in der menüleiste ja wenn die nicht zu sehen ist einfach hier auf menüleiste anzeigen gehen weil region ist befehlen die brauchen nicht so häufig dass sie ein bisschen versteckt sie können auch unten einfach eingeben ja das war eigentlich mein erster gedanke region und dann gehe ich hier ob objekt wählen hier die pulle linie ich hätte es noch auf eine neue leer legen können aber ok jetzt haben wir jetzt den leer ausgewählt gehen auf enter und wenn wir jetzt drüber fahren haben wir jetzt hier die region und er hat uns und die pulle liegt noch drunter hier ist die region hier ist die pulle linie jetzt könnte ich hier noch ein das äther lehrer 0 aber eben leer vorbereitet für region also kommen jetzt die region anklicken das ist die pulle linie wo sind die eigenschaften das ist nicht ist die region und dann können wir sagen der leer soll region sein so und wenn sie die region haben dann können sie hier auf ist es hiermit verfügbar nee ist nicht verfügbar wieder auf menüleiste gehen dann auf extras 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 und dann region und masseneigenschaften jetzt das war unter abfrage hier dann region und masseneigenschaften das selbe wie hier wir finden noch mehr noch mehr möglichkeiten als hier angezeigt werden unter anderem hier die region und sagen enter und jetzt sehen sie hier ein paar sachen mehr als die fläche weil die fläche und den umfang das kann auch die pulle linie was die pulle die nicht kann die kann uns hier noch ein paar sachen mehr berechnen nämlich den schwerpunkt ja wir sehen sie der schwerpunkt ist wirklich genau in der mitte ja das wollte deswegen habe ich es eigentlich gemacht und das zu überprüfen weil oftmals werden sie feststellen das ist vielleicht gerade bei so einem export als video ich glaube das war es auch gewesen war das nicht ganz genau in der mitte ganz exakt wie gesagt wieso ist nicht so ist auch nicht schön zum exakt zeichnen und sie kriegen allerdings andere sachen mit die trägheitsmomente und so weiter ja so die y und in diesem fall werde sein y und x ja das brechen der auch noch mit aus also sind die haupt trägheitsmomente also wenn sie mal so was brauchen ja das geht hier ganz gut auch im autocad es wäre im übrigen nicht so schlimm ja das ist ja nicht so schlimm wenn das nicht ganz genau mittig wäre weil man das dann im revit sowieso noch mal über die parameter noch mal einstellen würden ja also wenn das jetzt leicht exzentrisch wäre wäre das ist glaube ich gar nicht so schlimm aber ich habe ihnen gezeigt wie sie das im prinzip korrigieren können bzw wie sie das erstmal kontrollieren können dann danach gegeben falls korrigieren so das haben wir jetzt gemacht und jetzt würde ich sagen wir können das jetzt ins autocad ins revit exportieren ich speichere das ganze noch mal ab kleiner hinweis das habe ich hier bei unserem test noch gar nicht gezeigt die einheit checken ja also hier einstellen hier nochmal das mit der einheit also hier zentimeter aber auch noch mal überprüfen was wirklich zentimeter sind ja dass sie hier noch auf abstand gehen und das nochmal nachmessen und eventuell skalieren könnten sie allerdings auch im revit stimmt ja 65 könnten sie eventuell auch im revit korrigieren ja wenn sie aber sie müssen es halt rechtzeitig mitkriegen ja die gefahr ist dass sie es gar nicht mitkriegen und die korrektur nicht vornehmen aber im autocad passt das jetzt also es haben wir kontrolliert also wenn sie habe ich schon eingestellt das heißt es sollte dann funktionieren so jetzt haben wir das gespeichert sie müssen es glaube ich nicht schließen ja das wurde eh nur importiert jetzt gehen wir ins revit und erzeugen eine neue familie gehen ja auf datei so dann gehen wir hier auf die richtige vorlage und wir nehmen wieder profil ja ich finde eigentlich die profil vorlage am günstigsten sweep oder solche geschichten sind immer spezielle vorlagen für ganz spezielle anwendungsfälle aber mit profil kriegen sie das auch hin ja also sie müssen das nicht unbedingt auch wenn man es dann ein ende swipen wollen müssen wir das trotzdem die zwangsläufig eine swip profil vorlage wählen also gehen wir jetzt ja auch profil und ganz wichtig am ganzen anfang das ganze erstmal wieder speichern dazu dokumente betonbauprojekt dann das ist revit familien und das wäre jetzt stp profil allerdings ohne wut ich nenne es mal mittel das werde das wäre für das ist keine schöner titel ja aber das ist gedacht dann später für die detaillierungsgrad mittel im revit deswegen nennen es erstmal so und auch hier wieder empfehle ich immer noch zu checken was sind die einheiten dazu gehen wir hier auf verwalten und projekteinheiten millimeter wollen wir eigentlich nicht ich möchte das jetzt konsistent über alle programme in zentimeter lassen also schalte ich jetzt hier um und sage ich möchte hier zentimeter verwenden ich könnte auch millimeter verwenden das eigentlich wäre okay aber wie gesagt ich habe jetzt ein anderen programm autocad und wie so in zentimeter gearbeitet ist und übernehme ich das dann tun wir dennoch uns millimeter anzeigen lassen auf eine stelle nach dem kommer 0 zum unterdrücken nach und kommen was wenn da keine zahl kommt dann zeigt auch keine an keine stelle keine kommastellen einheiten symbol brauchen wir nicht und ziffern gruppen brauchen wir auch nicht genau okay fläche wollen wir in quadratzentimeter haben bei solchen kleinen maßstäben ist das sinnvoller zwei stellen nach ein komma können wir lassen 0 allerdings unterdrücken okay und der rest interessiert uns glaube ich erstmal nicht ja also volumen so haben wir ähnlich ist also nur 2d passt ja jetzt könnte man eigentlich schon mal das autocad hier reinholen und dazu gehe ich ja ich würde vielleicht noch ne ich mache es noch nicht ja ich würde vielleicht noch zunächst nur die außendimension noch mit referenz ebnen machen nur die außendimension dazu gehen wir auf einfügen und und ja und dann quatsch erstellen dann auf referenz ebnen hier und machen eine für oben eine für unten eine für rechts eine für links und ich empfehle immer die ganzen dinge auch noch zu beschriften also hier das wäre dann wenn man nicht wissen weil die wie die richtung sind einfach hier drauf klicken und dann zeigt uns an das ist vorne hinten ja also dürfte das vorne das hinten sein diese referenz ebne im übrigen die bestimmt hier quasi unser mittelpunkt ja das sieht man hier bestimmt ursprung und sie ist fixiert ja das heißt um diese beiden referenz ebnen die mit der vorlage mit gekommen sind baut sich dann immer unser profil auf ja weil sie fixiert sind ja und b weil sie auch den mittelpunkt bestimmen das waren quasi auch der einfüge punkt von unserem profil das nur als hinweis ja also das wäre jetzt hier links rechts ja also folglich wäre das jetzt hier rechts also klicken wir die referenz ebne an und sagen hier das ist rechts und schreiben auch noch mit dazu rechts hier oben in titel so die klicken wir an und das wäre natürlich dann links und auch das schreiben wir oben mit als titel rein damit ist die referenz ebene benannt das wäre dann hinten hinten und das wäre dann vorne und auch noch hier mit angeben so jetzt haben wir die referenz ebene benannt ja der futter ist wenn sie die benennen auch holen sie da bissel auf und simulieren dann nicht so leicht übersicht das ist vor allem beim 3d dann schnell mal der fall ja hier im 2d ist nicht ganz so schlimm aber sie haben auch die möglichkeit das ist auch im 3d dann interessant diese referenz ebene dann als arbeitsebene zu verwenden sofern sie die benannt haben das geht im 2d nicht da haben wir eine arbeitsebene die können wir dort wenn wir jetzt im 3d sind könnte man dann beliebliche arbeitsebenen auch im raum verwenden gut jetzt würde ich es noch parametrisieren bevor ich es allerdings mache werde ich die parameter erstmal anlegen dazu gehe ich jetzt hier rein und erzeuge mir jetzt hier die parameter so dazu gehe ich hier auf neu also entschuldigung dass der typ hier oben machen die parametre vom typ anlegen können sie unten auf neu und geben jetzt ihren namen ein zunächst haben wir hier die flanschbreite das ist ein typ parameter das passt disziplin allgemein ist auch okay länge ist auch okay abmessungen passt auch quick info brauchen wir in dem fall nicht weil ich würde sagen die bezeichnung ist selbsterklärend quick info ist dann interessant wenn sie jetzt hier irgendwelche parametern namen verwenden die es nicht selbsterklärend ist dann können sie jetzt hier noch eine erläuterung dazu schreiben so dass jeder weiß was der parameter bedeutet also sagen flanschbreite dürfte jeden eingeweihten klar sein und ja gehört zum typ kann man übernehmen machen wir noch ein das wäre dann die höhe des profils wieder länge breite und so weiter das können wir wieder übernehmen ja und sie sehen hier das ist einfach hier können sie disziplin auswählen ja in dem fall ist es allgemein ist klar das habe ich mich hier dann können sie was das für eine art parameter sein sollen unserem fall ist eine länge und dann haben sie diese kategorien zum beispiel abmessungen und so weiter gerade wenn sie jetzt sehr viele parameter haben macht das durchaus sinn hier das ein bisschen aufzuräumen in solchen kategorien das können sie dann hier festlegen ja und ich meines wissens das können sie im nachhinein noch ändern wenn sie parameter einmal festgelegt haben das können sie meines wissens nicht mehr ändern wenn sie das einmal festgelegt haben und sie wollen das doch wieder ändern müssen parameter löschen und nochmal neu anlegen so das wäre jetzt hier die höhe was haben wir noch wir brauchen die flanschhöhe und die stegbreite also stegbreite noch dazu steg breite ok und wie gesagt wenn ich das ganze ändern will gehe ich jetzt hier rein und sie sehen das ist jetzt hier ausgegraut das können sie nicht mehr ändern das ist was ich gemeint habe aber den rest können sie noch im nachhinein korrigieren so und dann brauchen wir noch die flanschhöhe und dann haben wir glaube ich alles ist auch nicht so schlimm wenn sie ein parameter vergessen die können es auch jederzeit noch hinzufügen flanschhöhe und auch das passt so geben wir jetzt noch legen wir jetzt noch einen typ an und den typ nenne ich jetzt hier mal machen wir mal den 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 größeren das wäre dann 100 mal 120 also alles in zentimetern und dann geben wir jetzt eine flanschbreite ein von 100 eine flanschhöhe von 15 eine gesamthöhe von 120 und eine stegbreite von 22,5 gehen auf anwenden und legen wir noch einen weiteren typ an das wäre dann 35 mal 35 also ein kleineren der wäre dann quasi quadratisch und da haben wir eine flanschbreite von 35 eine flanschhöhe von 5,5 dann eine gesamthöhe wieder von 35 und eine stegbreite von 8,5 so wieder auf anwenden gehen und gehen jetzt auf ok machen wir vielleicht den größeren voreingestellt also 1000 und 120 anwenden und jetzt können wir hier anfangen das zu parametrisieren unsere referenzebenen dazu gehe ich auf ausgerichtete bemaßung das finde ich einmal hier ja oder hier ganz wichtig nur die ausgerichtete wählen wobei es ist eh nur die angegeben im revit gibt es noch mehrere also wenn ich mal revit sage meine ich revitprojekt wir sind jetzt quasi in revitfamilie dann revitprojekt gibt es dann noch andere bemaßung gibt es eh nur die ausgerichtete und tun zunächst jetzt das so parametrisieren dass ich jetzt unsere äußeren referenzebenen die bilden quasi die äußeren begrenzungen unseres querschnittes immer quasi um diesen fixen mittelpunkt aufbauen ja deswegen sage ich jetzt hier ausgerichtet bemaßung und bemaße hier einmal durch diese referenzebene zum mittelpunkt oder zur mittelachse dann diese und sage jetzt hier soll immer gleich sein dasselbe mache ich jetzt hier auch immer gleich so wenn ich das festgelegt habe tun wir den maßstab bisschen ändern damit man das besser lesen kann so wenn ich das einmal festgelegt habe kann ich jetzt hier ein parameter zu ordnen für diesen abstand das werden unsere flanschbreite gehe also jetzt hier und gebe diesen abstand an so und ordne das ein parameter zu nämlich den parameter flanschbreite und da ich gesagt habe das soll immer equal sein tut das immer genau wenn ich diesen parameter ändere immer im gleichen abstand um den querschnitt aufbauen ja das ist einfach dazu brauche ich diese equal bemaßung ja damit wenn ich jetzt der parameter sich ändert dass es dann immer so sich so ändert dass das hier konstant bleibt und er immer den abstand immer im selben abstand zum querschnitt dann diese linien hier entsprechend aufbaut also tue ich das jetzt zu ordnen und da passiert ähnlich viel und dasselbe machen wir jetzt hier drüben wir messen wir geben die höhe vor und legen das jetzt wieder fest und jetzt weiß jetzt was wird was passieren jetzt werden sie sehen das bleibt gleich und dann tut er das so anordnen die linie sind im selben abstand sind also jeweils 50 50 würde ich das dann hier verteilen so flanschhöhe quatsch gesamthöhe ja so jetzt hat das hier entsprechend festgelegt jetzt können wir noch ein bisschen aufräumen weil wir sehen jetzt hier dass man jetzt hier vielleicht ein bisschen ungünstig hier die dimension gewählt haben jetzt kann ich das hier ein bisschen nach oben ziehen hier die falschen griff erwischt nochmal auf hier gehen das muss ich hier anklicken und hier ist der griff dazu dann geht die bemaßung auch entsprechend mit so ungefähr dasselbe hier hier dieser das ist quasi der griff für die bemaßung und das der griff für die referenzebene und wenn ich die referenzebene ändere dann geht die bemaßung entsprechend mit weil die hängt da ja dran jetzt rastet das hier drüben ein hier kann ich es nicht so einfach ändern aber das kann ich vielleicht auch so lassen ja das kann ich so lassen hier das machen nur die die größer dass das jetzt geht es komischerweise nicht mit auch so als welche oben dran hängt ziehen wir es einfach hier raus fertig und das können wir auch noch machen so so und hier alles nur noch ausschieben ja ich empfehle das immer ein bisschen schön zu machen damit man das ja noch leicht zurecht finden der familie normalerweise ist das egal ja aber es lässt sich auch besser arbeiten ja wenn das ein bisschen aufgeräumter ist so jetzt jetzt können wir noch mal hier den typ ändern und schauen ob die bemaßung funktioniert indem wir einfach hier sagen nehmen wir einen anderen typ zum beispiel den kleinen gehen auf anwenden und da sehen wir das ganze kleiner zurück ja ich empfehle immer dass ich mindestens zwei test typen anlegen ja ein mit den kleinsten abmessungen mit dem minimalsten und ein mit den größten ja und dann können sie immer die beiden extreme testen ja auch ob das das auch was die aufgeräumtheit ihres ihres bildschirms hier angeht ja wenn das dann zwischen den beiden extrem funktioniert dann funktioniert es bei den mittleren werten mit sicherheit und deswegen lege ich meistens immer die zum testen immer die extremsten erstmal an den max den größten und den kleinsten so also sehen das funktioniert ganz gut so jetzt können wir autocad hier reinholen den rest kommt jetzt von autocad wir haben jetzt hier die äußere parametrik festgelegt und ach so jetzt haben wir natürlich noch ein parameter festlegen der jetzt autocad auch hat das sind jetzt hier die parameter gewesen für die also für die für die minimalsten die größten und der parameter also der querschnitt im autocad ist jetzt mittlerer querschnitt gewesen den müssen wir noch hier einstellen legen wir den noch an gehen wir hier auf neu und das war 650 mal 70 also 65 mal 70 65 mal 70 cm in dem fall dann die flanschbreite wäre 65 cm die flanschhöhe in dem fall 10 die höhe wäre gesamt höhe wäre 70 klar sagte schon der name und die steg breite in dem fall 15 anwenden ok jetzt haben wir die einstellung wir der welcher auch unser autocad profil hat und jetzt gehen wir auf einfügen gehen sie auf einfügen und erst mal ein ganz wichtiger hinweis ja ich habe es auch schon dem anderen tutorial zu diesem thema gesagt sie können in einer familie nicht eine autocad datei referenzieren ja einfach drunter legen und drüber modellieren das geht hier nicht ja macht auch kann ich wirklich sinn weil die familie wird dann später im revit projekt als bauteil verwendet und die würde ja dann rein theoretisch immer die ganze autocad datei mitschleppen also zumindest ist das halt nicht möglich ja und sie können sie allerdings importieren aber importieren bedeutet und deswegen habe ich am anfang so einen zirkus gemacht mit dem aufräumen dass das dann wirklich teil dieser familie wird ja und wenn sie da jetzt eine riesengroße autocad datei jetzt hier reinholen die in haufen zeug hat ja 80 prozent den sie überhaupt nicht brauchen und den sie aber trotzdem reinholen dann bläht das die dateigröße ihre familie und damit auch ihres projektes extrem auf ja und sorgt dann dafür unter umständen dass das dann dass die arbeit mit dieser familie dann extrem performance kostet das heißt dass dann revit langsam wird ja wenn sie irgendwelche ansichten aufbauen also und zeug ja das muss man halt berücksichtigen deswegen habe ich mir halt so ein zirkus vorhin gemacht mit der ganzen aufräumerei ja dass sie halt möglichst wenn sie jetzt schon was autocad hier reinholen wollen und dann wirklich auch verwenden wollen dann nicht einen haufen zeug sich hier reinholen was dann ihre performance extrem in anspruch nimmt ja das ist immer wichtig und deswegen werde ich jetzt habe ich ja eh aufgerollten werde jetzt beim aufräumen auch noch mal zeigen oder jetzt beim import auch noch mal zeigen wie sie das andere will steuern können ja ich hatte ja vorhin angedeutet dass sie nicht unbedingt also sie sollen zumindest das ist das mindeste was sie machen sollten dass ihre gezeichneten elemente auf verschiedenen layer liegen also wenn sie keine lehrer verwendet haben und sie haben alles auf einen lehrer gezeichnet dem visio oder dann autocad ist ja egal und sie brauchen aber davon nur ein bruchteil dann ist das nicht zu empfehlen diesen würfel den ich jetzt zeige wenn sie das zumindest auf verschiedenen lehren haben dann können sie wie ich gleich zeigen werde dass über die lehrer auch noch mal steuern ok gehen wir also auf cad importieren und muss wieder umschalten auf autocad dann auf meine hier querschnitt mittel das ist die autocad datei hier sehen sie jetzt was ich gerade angedeutet habe wenn sie hier sagen lehrer ebenen dann können sie jetzt sagen alle da wird er quasi alle importieren oder sie können sagen nur die sichtbaren ja die jetzt aktuell das ist im unterschied zu visio vorhin hat er mir bei visio auch alles importiert obwohl es ausgeschaltet hatte ja hier im revit ist das nicht so im revit können sie sagen ich möchte nur die sichtbaren reinholen dann würde er quasi alle ausgeschalteten lehrer nicht reinholen ja in alter autocad datei oder sie können sage ich möchte es explizit auswählen ich werde mal das auswählen hier das auswählen hier wählen schönes wortspiel weil um die zu zeigen der dialog aussieht dann noch import einheiten ja hier können wir auf automatisch gehen normalerweise wissen wir was es ist zentimeter aber ich denke mal er macht es auch automatisch haben wir gleich sehen dass wir kontrollieren ja das dann wird es dann normalerweise umrechnen wenn sie jetzt Millimeter eingestellt hätten und das käme jetzt zentimeter an von autografe das normalerweise dann skalieren und umrechnen und in unseren beiden fällen sind es eh zentimeter deswegen hatte ich vorhin auch gesagt wo ich die einheit hier geändert habe ich könnte auch Millimeter oder Zoll nehmen ich muss es halt dann nur entsprechend berücksichtigen leicht versetzte linien korrigieren das ist eben das kann manchmal passieren wenn die linien halt wenn man unsauber zeichnet ja dass dann manchmal die linien so leicht versetzt sind die anderen glaube ich zu einer zusammengefasst ja ich den fall noch nicht gehabt ja ich lasse trotzdem aktiviert ganz wichtig ist hier die positionierung auto ursprung zu ursprung er hat ja gesagt das ist unser revit ursprung ja die frage was ist unser autocad ursprung gehen wir mal ins autocad wo ist es autocad so und der ursprung im autocad ist immer das weltkoordinatensystem ja bks werden meines wissens zumindest mal ist das mein letzter stand ignoriert ja wenn sie irgendwelche bks anlegen oder so nach meinem stand da hat sich mittlerweile irgendwas geändert das weiß ich nicht aber nach meinem stand wurde das immer wurden die immer ignoriert hat immer das wks akzeptiert das muss man halt wissen und ich habe jetzt ganz bewusst mein weltkoordinatensystem auch hier reingelegt wenn das nicht bei dem das nicht so ist ist das auch nicht so schlimm aber ich würde es halt empfehlen das so zu machen was am einfachsten ist aber falls das irgendein grund nicht geht können sie auch hier sagen ich möchte das einfach mitte zu mitte machen ja das wäre das hier dann nimmt er einfach die mitte von unserem zeichen bereich also zum grenzen und sucht schon die mitte ja und dann auch die mitte vom autocad so dass es dann über die selbst berechnete mitte quasi mittig übereinander legt ja das geht auch und was gibt es dann noch manuell ursprung manuell zentriert weiß ich erst gesagt auch nicht was das ist ja aber schon ausprobiert also ich habe in der mitte zu mitte gemacht bevorzugt mache ich immer das hier unten ja dass ich den ursprung im autocad definiere ja wo manchmal kann es sein dass das irgendein grund das nicht geht dann nämlich mitte zu mitte ja man muss euch mal ein bisschen aufpassen wenn nämlich jetzt es gibt da leute die arbeit im autocad was den ursprung angeht relativ unsauber das zeige ich auch noch mal vielleicht darf man sich dann nicht wundert die machen folgendes ich tue es mal kurz zu simulieren die legen sich den ursprung irgendwo hier unten hin und dann zeichnen die machen sie mal kurz hier kann man das hier kurz simulieren dann zeichnen die hier ihre zeichnung dann kilometer weit davon entfernt ja was weiß ich ungefähr ich tue es nur andeuten ja ungefähr so ja und das sind aber jetzt nicht irgendwie zentimeter oder 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 meter das kann mitunter sogar kilometer sein ja gerade wenn man vom vermesser irgendwelche pläne kriegt also kann das durchaus sein ja dass die da mit irgendeinem koordinatensystem arbeiten mit irgendeinem lokalen oder sowohl dann die distanzen zum zum ursprung extrem groß sind wenn man sich das dann ins rapid rein holt dann kann es passieren dass man nichts zieht ja einfach das außerhalb weil der red hat der red hat nur bestimmten zeichen bereich ist eine 20 meilen zone oder so bei projekten ich weiß kann jetzt bei familien ist und wenn sie dann so arbeiten dann kann es passieren sie holen sich das ins rapid rein und sehen da nix ja weil das außerhalb des zeichen bereichs ist ja und das können sie mit mitte zu mitte korrigieren ja oder die gesagt ich mache einfach ich tue immer muss es so machen gerade bei familien oder so geht das natürlich dass ich meinen ursprung jetzt hier rein lege ja und damit ist das problem geklärt ich weiß halt nur darauf hin weil es nur eine fehlerquelle ist in projekten vor allem ja weniger vielleicht in familien so also nehmen wir jetzt das ding machen hier ursprung zu ursprung das ganze keine keine auf die referenz ebne wenn sie jetzt hier 3d werden dann können sie so verschobst verschiedene referenz ebnen dann können sie noch sagen wo soll das hin an an sich ausrichten kann man auch lassen und ok jetzt kommt eben da frage die frage was will ich übernehmen ja ein lehrer weil ich ja gesagt habe möchte es auswählen sage ok lehrer 0 möchte ich nicht haben den auch nicht die koordinaten ja und die region brauche ich aber auch nicht also die zwei lehrer nämlich mit gfk und jetzt sehen sie hier unsere autokette datei die passt hier rein ja wie die faust aufs auge also wir haben sie ziemlich genau gezeichnet ja hier sieht man quasi das koordinatensystem und ich kann jetzt mal die parameter ändern dann sehen sie auch wie die autokette datei aussieht indem ich wieder auf typen gehe und hier einfach auf die größere dann sehen wir jetzt hier unsere autokette datei ja wie sie mitgekommen ist die ist momentan noch fixiert der koordinaten ursprung läuft eigentlich super ja hat auch man ziemlich genau gezeichnet das passt auch von dem maßen her durfte das passen hat auch richtig skaliert ja mal gesehen hat das angepasst wenn das nicht ist kann man das hier noch mit dem befehl wo ist er jetzt hier hin hier mit dem befehl kann man es auch noch korrigieren dann kann man beim nachhinein noch den das entsprechend skalieren ja das werde ich eigentlich nicht demonstrieren und jetzt wollten allerdings jetzt hier sagen wir möchten jetzt hier die das profil konvertieren ins revit noch ganz kurz bevor ich das mache kann ich möchte kurz noch zeigen wie sie hier die lehr sichtbarkeit noch steuern können ja wenn sie haben nur zwei lehrer drin aber wenn sie meinetwegen jetzt hier lehrer ausschalten wollen dann gehen sie einfach auf vg das ist ein shortcut also v und g beziehungsweise können auch hier auf ansicht gehen sichtbarkeit grafiken und finden jetzt hier hinten importierte kategorien sie sehen es sind nur die zwei lehrer mitgekommen hier kann ich jetzt das komplett ausschalten jetzt sehe ich im prinzip nichts ja oder ich kann jetzt hier nur die koordinaten ausschalten dann sehe ich dass die koordinaten achsen nicht mehr aber das profil oder wieder radpolinie und so weiter ja das dürfte nur so lange aktiv sein solange sie das noch nicht konvertiert haben jetzt ist das immer noch ein autocad objekt ja zwar es ist vor bereits bestandteil der familie ja es ist quasi es benötigt auch speicherplatz liegt auf dieses was in der familie gespeichert wir haben es ja importiert waren wir das hier in einfügen ja wir haben sie importiert aber es ist noch nicht konvertiert das heißt noch nicht umgewandelt in irgendwelche revit linien oder so es ist immer noch wenn sie wollen in der autocad objekt ja und haben wir auch noch ein paar features was man hier machen kann hier zum beispiel lösen lehrer löschen und so weiter ja so ist ja mal das konanz der man zur kontrolle mitgenommen das tun wir jetzt einfach löschen ja somit hier löschen und sagen wollen die koordinaten löschen gehen auf ok jetzt sind die weg ja jetzt sind ja auch nicht kann man nicht mal ausschalten vg ja es wurde das da deswegen hat ihn gesagt die mindestunterteilung sollte sein zumindest mit lehren arbeiten weil da können sie sogar noch im revit das ganze bearbeiten ja ich habe bewusst jetzt alles gelöscht oder beziehungsweise nicht importiert bevor ich das ganze auflöse denn das auflösen heißt dann jetzt mache ich daraus revit ja wenn sie jetzt irgendwelche texte damit geschliffen haben oder bemaßung also ein zeug dann kann es sein er konvertiert ihnen das ganze in revit ja aber es als irgendein grund nicht sichtbar ja da haben sie jetzt einen haufen müll erzeugt der ist vielleicht irgendwie unsichtbar hier mit läuft die ganze zeit und was dann ihre dateigröße wieder unnötig aufbläht ja und unübersichtlich macht ja deswegen mein tipp wenn sie so arbeiten tun sie dann wirklich nur noch das am ende auflösen was sie wirklich brauchen ja dass er nicht irgendein zeug sich mit reinholen und ich zeige noch mal kurz was ich meine ja wie gesagt ja ex das war ja die aus original nicht mal das war dann wesentlich mehr ja also ich brauche eigentlich nur diese linien hier wenn ich mal alles ja eingeblendet hätte ja und ich hätte das ganze zeug jetzt hier ins revit importiert also zunächst das auto ketten dann ins revit hätte ich meinen haufen müll auf deutsch gesagt da rein geholt den ich überhaupt nicht brauche den jetzt revit irgendwie konvertiert hätte und ja um was da nur zu problemen unter umständen also in minimalsten fällen führt das zu einer unnötigen größeren datei die dann wieder performance kostet ja schlimmstenfalls führt dann zu irgendwelchen problemen irgendwelche fehlermeldungen oder geht dann läuft irgendwas nicht und so weiter man braucht ein stunden heraus zu kriegen woran es liegt also wenn sich ärger sparen wollen arbeiten sie sauber vermeiden sie dass sie sich da unnötig zeug rein holen so ich habe ich habe es genügend darauf hingewiesen und jetzt tun wir das jetzt hier auflösen ich glaube ich muss es vorher noch entsperren probieren muss mal also jetzt hier vollständig auflösen noch mal teilweise auflösen zunächst wenn sie was dann draus macht auflösen das ist was ich meine er sagt jetzt hier wenn sie das auflösen kann sich das negativ auf die leistung von revit auswirken hat dass das ist genau das springende punkt ja also da müssen aufpassen ja gehen wir jetzt mal auf ja da haben wir haben es wirklich das erkenntnis genommen haben wirklich auch nur sachen drin die relevant sind und jetzt hatte hier bereits hier revit linien draus gemacht jetzt kommt ja noch zum beispiel die nicht einer explosion darstellung dargestellt werden können ja das könnte sein dass ich eventuell es kann sein dass das generell bringt diese meldung ja das ist dass man da keine sorgen machen es könnte auch durchaus sein dass ich nur irgendeinen müll drin gelassen habe ja also wie gesagt das bitte berücksichtigen ja und jetzt kann ich hier einfach das ganze jetzt hier verwenden ich überlege nur gerade wir machen das vielleicht am geschicktesten und zwar ja tun wir die parametrik wieder anpassen dass es hier zu unserem querschnitt passt und jetzt gehe ich hier auf ausrichten wobei das ist der falsche das ist der falsche ach nee der hat das schon mitgenommen oder wieso hat das jetzt zusammengeschoben ist ja witzig er nimmt das jetzt schon mit der jetzt schon eine parametrik dazu geordnet war wie machen das jetzt am dümmsten da kommen wahrscheinlich nie umhin das ok da war das anders bevor man das auflösen noch die ist jetzt nicht aufgelöst dass man das auflösen das kondensystem ist glaube ich auch noch drin das nehmen wir noch mal zurück so dass man die parameter anpassen weil der hat ja schon parametrik zugeordnet warum das verstehen nicht so richtig aber ok und sagen jetzt das ist ok jetzt tun wir auflösen damit das dann tut wahrscheinlich wenn das auflösen irgendwie schon zuordnen wenn wir jetzt die außendimension anpassen aber wenn man glück kann tut das entsprechend schon verknüpfen ja also jetzt klicke ich hier drauf sage hier wieder auflösen feuchte teilweise auflösen zunächst ja und jetzt haben wir hier das entsprechend aufgelöst schauen ob es das noch als objekt vorhanden ist wenn wir hier reingehen ist immer noch da witzigerweise aha ist immer noch eine polylinie okay wenn man jetzt auf ich muss gestehen ich mache das erste mal leid ist ausprobiert vorher das war eine schande muss ich das zugeben ist du noch mal vollständig auflösen ist glaube ich doch besser vielleicht das vollständig aufzulösen das haben wir jetzt hier vollständig auflösen weil es bringt ja nichts die poly ist ähnlich erhalten ja sie gehen auch vollständig auflösen ja und jetzt ist es eine immer noch eine polylinie okay wahrscheinlich importiert schauen ob jetzt aber das objekt noch da ist ja jetzt ist es weg ja also wenn sie es vollständig auflösen ist es wirklich komplett ansonsten erhält das noch irgendwie als autocad objekt ich muss gestehen ich weiß nicht ob das selbe halt den vorteil dass man die lehrer noch hätte theoretisch wenn man noch die bräuchte machen unserem fall keinen sinn nur ein leer ich weiß auch nicht ob es dann wirklich funktionieren würde mit zweepen wenn sie das nur teilweise auflösen würden wer das brauchen müssen eventuell ausprobieren ja jetzt ist es wirklich kein autocad mehr ist jetzt ja das war hier diese kategorie poly hier eingeführt ich glaube die kaufs vorher nicht aber jetzt ist es quasi wirklich reines revit ja jetzt tun wir das zuordnen noch mal kurz die parametrik testen wenn wir jetzt das hier ändern klarer machen geht das ja machen wir hier die 100 anwenden ja da geht es mit genau das hatte ich mir schon fast gedacht ja okay und lassen wir es mal so stehen das hat er eben gleich verknüpft das ist passt ganz gut wir brauchen es einfach nur noch hier das entsprechend zuordnen die stegbreite und die flansch höhe machen wir das jetzt noch gehen also hier auf dass das muss auch wieder mittig sein so und equal und hier jetzt die abmessung eintragen und dann die parameter zuordnen das ist die stegbreite so jetzt geht das entsprechend mit und dass wir jetzt ja auch noch machen immer von der aufpassen dass von der referenzebene ausgehen und nicht von der linie wäre vielleicht auch okay die linie aber ich mache über die referenzebene weil die parametrik über die referenzebene kommt also hier man könnte rein theoretisch hier eine referenzebene noch hin machen aber ich zeige mal bei dem beispiel und muss das auch nicht machen man kann es auch einfach so machen ohne referenzebenen die äußeren würde ich dennoch mitmachen ja weil es auch ausrichtungskanten sind aber die inneren können sie theoretisch auch weglassen ja also hier für diese inneren abmessungen nur die äußeren würde ich referenzieren über die ebenen hast du noch die parameter zu ordnen das wäre die flansch höhe flansch höhe flansch höhe und quatsch das ist ja dann können wir das noch mal testen zum schluss projekt speichern ja und wir testen jetzt noch mal die verschiedenen parameter durch also ich habe jetzt den maximalsten immer zum minimalsten geht super alles mit passt die mittleren geht auch und hier der äußere hat funktioniert ja hier ich habe in diesem video mal gezeigt ja wie sie rein theoretisch von visio normal hier das ganze ins autocad exportieren können was sie da beachten müssen ja hier jetzt im autocad ja wie man die sachen entsprechend der einheit skalieren sollte kontrollieren sollte vor allem man aufräumen sollte etc und wie sie dann theoretisch übers autocad hier daraus im revit eine familie machen können und wir sind sogar unterschied zu den anderen toriere so weit gegangen dass wir hier das autocad direkt verwendet haben also wir haben hier nicht das ganze neu gezeichnet der aufwand ist bei so einem profil in diesem dieser form wahrscheinlich fast dasselbe ja ob sie es in neu zeichnen oder verwenden aber es kann durchaus sein dass sie jetzt doch komplexere autocad zeichnung haben und die können sie dann theoretisch auch hier ins revit konvertieren und da ist vielleicht dann der aufwand wesentlich geringer als das ganze neu zu zeichnen aber achten sie darauf ja dass sie hier nicht sinnloses zeug sich reinholen sie sollten da möglichst das ganze aufräumen das heißt sie sollten strukturiert arbeiten zumindest über die layer das ganze vernünftig aufbauen ihre zeichnungen in visio und im autocad ich habe gezeigt wenn sie das vom visio ins autocad exportieren kommt die layer zwar mit ja aber sie können die sichtbarkeiten nicht steuern das kommt quasi immer alles mit aber wenn sie über die layer arbeiten können sie das dann auch über die über die layer dann auch löschen beziehungsweise dann auch steuern was wird dann wirklich konvertiert ja weil sonst wird ihre familie nur sinnlos aufgeblasen ja soviel dazu so diese ist notoriell wie sie halt über visio und autocad dann in revit so eine familie und soviel vielen dank an der baukasse